Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zu Rotten-Bronkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Da wird gerade eine Fackel angezündet und da schön, da hinter dem Leuchtfeuer ist die Adresse hier und wir müssen uns hier um diverse Dinge kümmern, zum Beispiel direkt hier vorne der blinde Schmied. Der alte Kalipides galt eins als der beste Schmied in ganz Locres, das ist schon lange her, aber mit etwas Hilfe würde er sicherlich zu alter Größe zurückfinden können. Ja, seine Werkzeuge haben wir ja schon geholt, das trifft sich gut und dahinter haben wir dann direkt ein Pferd natürlich. Für Salzarbeiter waren die Bewohner von Alponos erstaunlich gute Reiter. Kassandra hatte einen Plan. Zu Pferde konnten sie der Pirateninvasion davonreiten oder sie mussten bleiben und kämpfen. Sprich mit Nikaya, der Pferdezüchterin. Ja, klar. Machen wir alle. Ach so, da haben wir einen Moment, wo wir gerade dabei sind. Lila Waffe. Skiron, der Ausgedörrte. Ach, der Arme. Ein leichtes Kopfreit haben wir ja, glaube ich, ne? Irgendwie ist das hier oder ist das schon wieder runtergetickt? So, leckeres Meersalz hier. Oh, was fallen lassen? Hm? Okay, also der, die Adlerlegende hat ja so einiges. So, einfach. Okay, das ist jetzt kein besonders schöner Arbeitsplatz, aber hey, mal nicht maulen. Okay. Hm. Hm. Well, this is certainly better than when that other Mystios came to help. All a goodsmith needs now are his tools. I've got your tools right here. Ah, what a day. You should be proud. You've given this old man purpose again. Now, if you could just set those aside for a moment, I'll get started. I'll get started. Can you do this? Can you do this? Can you do this? Ugh. I've done this. Oh, yuck. Bye. I've seen a lot in my life, but that was brutal. Poor Kalibivis. That's, that's not good. I've seen a lot in my life, but that was brutal. Warum weiß ich nur jetzt schon, dass es mit den Pferden ähnlich laufen wird? Okay, sie hat immerhin Pferde, also ein Pferd und einen Esel. Hm. Hm. Das ist jetzt schon echt, echt anstrengend. Where did the stallion go? That other eagle bearer rode him east past the salts. Came back and said some bandits stole him in the night. Imagine that. I need to find this other eagle bearer. Wouldn't mind giving him a piece of my mind too. If you find him, punch his bird right in the beak for me. His eagle? Ha! It was barely a chicken. Da bin ich ja mal so gespannt. Okay. Pferd besorgen. Äh, Osten. Pferd suchen. Pferd suchen. Schauen wir mal, was für Fehlhinweise haben. Ach ja, das müssen wir auch noch machen. Nördlich des einsamen Turms. Nördlich des einsamen Turms. Schauen wir mal. So. Der Hengst ist ein Locris. Das ist schon mal gut. Der Hengst wurde in der nordwestlichen Teil der weißen Kristallhüge gebracht. Im Lager der Salzbanditen. Da waren wir doch letztens oder nicht? Nein. Warte mal. Nordosten. Das ist hier drüben. Okay. Dann vermute ich, wir werden dorthin reisen. Ähm. Ne, wohin? Rechtsrum. Ja, da entlang. Brr. 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 Brrr. Das ist vielleicht echt die deprimierendste Questreihe ever. Ich bin wirklich darauf gespannt, wer diese Adlerlegende sein soll und wie der Vogel aussieht, den er dabei hat. Brrr. Ähm, nee, hab ich keine Lust drauf. So, ich hoffe, das ist dann auch wirklich das Lager der Salzbanditen, aber... Wahrscheinlich ein Glück zu haben. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Hey. Okay, das Pferd ist wahrscheinlich dort unter dem Unterstand. Ich sehe nur ein bisschen wenig Banditen. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Okay, hopefully this goes better than last time. Ja, mega unauffällig fallen gelassen. Ach, ich kann es ja viermal verketten inzwischen. Haha. Also mit dreimal verketten vier Ziele angreifen, ihr wisst schon. Mehr Spaß und so. So, da ist das Pferd. Das ist also schon mal hier. Hm. Hm. Ein Aschenbogen. Wo ist denn hier die letzte Kiste? Unter mir, über mir, neben mir zählt nicht. Oh. 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 So, ein stolzer Rappen. Nicht Feuer fangen. Ja, schön, sehr gut. Ist das da überhaupt der richtige Weg? Der kürzeste Weg? Ne. Wir reiten da hinten am Strand lang. Das ist dann doch bedeutend kürzer. Außerdem auch die Kalkos. So, dann versuchen wir mal niemanden zu Tode zu reiten. Während wir uns hier durch diese Salzbecken schlängeln. Und durch die engen Gassen der Stadt. Löchchen, ja, einmal ausweichen, bitte. Dankeschön. So, äh, wo müssen wir denn hin? Ganz da hinten, warum das denn? Können wir ein bisschen hier in der Stadt abliefern? Ganz normal. Wahrscheinlich ist das andere Pferd inzwischen Klippe runtergesprungen oder irgend sowas. Ich... Ich... Ich will sie eigentlich echt gar nicht wissen. Ich... 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 Wir müssen mal hin da hoch. Ach, Hirsch, was ist denn bei dir los wieder? Prinzessin Popo-Kuchen, ich dachte, das ist ein Hengst. Wenn die reale Egelbehrer sagt, dass sie etwas tun hat, dann macht sie es. Ja, ja, da, 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 da. Echt auf, lass es durch dich fliehen. Was? Was machst du? Der erste von euch Egelbehrerns rauf ist, um diese Fruppe zu finden. Sieht, dass das Horscht, das sie es macht, um Pegasus zu verändern. Ja, ich finde ich nicht, wie ich das. Nein. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ganz ehrlich, Leute, irgendwann ist hier nochmal genug. Einen Apfel. Okay, so. Wo ist jener Ajax, der geringere, der kleinere Ajax? Ach, was weiß ich. Die Weisheit der Sphinx. Cool. Ähm. 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 In Focus. Focus. Harnas. Ah, einsamer Turm. Ähm. Da ist der einsame Turm. Alles klar. Dann nehmen wir heute noch Chines Lager hier aus. Und dann machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg zum einsamen Turm. und dann bin ich schon echt, echt gespannt, was mit Ajax los ist. Hirsche gehen wir auf den Sack. Also die Hirsche hier. Nicht Hirsche im Allgemeinen. Hirsche im Allgemeinen sind sehr cool. Und auch Scheu. Auf jeden Fall. Ich fand das nicht sehr sehr gut. Aber das war schon ein Ajax. Aber hier sind nur ein Ajax nicht hier. Aber wir sind auch ein Ajax nicht hier. Und dann? Du wirst eine Musik? Oh... Huh? Is someone trying to mess with me? Yup. That's it. That's where it is. Malaka! I've got to get it out. Let's check that out. I think he just fell off the wall. Ugh! So, ich glaub, der Busch hier ist keine Deckung mehr. Der hier sieht schon besser aus. Eigentlich noch irgendwo über mir einer oder so. Ugh! 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 ja alles ein bisschen angekult hier keine ahnung wie es kommen konnte auf jeden fall können wir eine menge scheiß einsammeln so dann krabbeln wir noch kurz in den türmer rein dann sind wir fertig auch das sandraut ist doch nicht dein ernst oder so auf dem turm da waren wir glaube ich noch nicht zumindest leuchtet es dann noch verräterisch ja okay geschickt so nix wie weg hier schön ist es hier das war es dann für heute schon wieder jung zum heditz ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei wenn wir uns ajas den geringeren anschauen ich habe keine ahnung ob das genauso deprimierend wird aber ich vermute schon und dann bin ich wirklich 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 auf die adler legende die einzig wahre gespannt macht's gut und bis dann ciao so so so